Heute sind wir am Mai-Fest Kapu mit der Fun-Punk-Band «Cool». Die Organisatoren des Events sind alle Jungbürger von Kapu mit dem Jahrgang 1996. Wir sind 17 Personen und haben das zusammen auf beiden gestellt. Am Abend erwarten wir etwa 350 bis 400 Personen und morgen Abend etwa 600. Wir haben uns beim Ticketing für Ticket-Fragen entschieden. Auf der Ticket-Fragseite melden sie sich an und geben mir den Event-Namen ein und dann läuft das Zeug schon. Ich habe schon mehrere Feedbacks von den Besuchern bekommen. Es sind schöne Tickets, einfache Seiten zum Kaufen, also zum weiterempfehlen. An der Ticket-Frage finde ich richtig cool, dass es recht einfach ist zum Handhaben. Ich würde die Ticket-Frage weiterempfehlen, weil ich als Veranstalter keine Gebühren zahlen muss. vorhin Sie nicht. Kein Ticket-Frage im Hintergrund. D Tombär.